Ich hole mir vielleicht das später ab Wenn du so viel kehren kannst, ne? Wenn ich einen Bumerang hab Bumerang Na, es regnet So Am Tags Es kommt aber keine Regenanimation Also, kein Regenzeichen oben rechts Jumisch 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 komisch Solange das nicht anfängt zu blitzen Ja, so ein Blitz, den müssen wir auch noch aufbauen Hm Hier brauchen wir Gold Ja, ich hab, äh, 22 Gold Ja Ist klar Halt, du hättest du hier, Kröte Ich hab doch gesagt, ich farm ne Runde Ich hab, äh, 101 Steine Ja, Tote ist ja tot Ja, du bist behindert Na, was denn, Mina Hier oben ist es noch mehr, deswegen Okay, hier ist ein Schweinehaus Was Weil du dich aufeinander nehmen kannst Hehehe Hi Kröte Hallo Kröte Hallo Kröte Na, es hat mir wenigstens bisschen Essen gegeben Ich brauch jetzt was für mein Gehirn Ich brauch jetzt was für mein Gehirn Verpiss dich Was hat nochmal bei Gehirn geholfen Also grüne Pilz auf jeden Fall Also grüne Pilz auf jeden Fall Gebrannt Das passiert schon nicht Okay Ich renne grad lieber vor dem Weg Sicherheitshalber Habe ich dir nur zwei Froschenkel? Ich hab doch mehr aufgesammelt Na, vielleicht hast du sie nicht richtig Richtig Gefunden Hm? Vielleicht hast du sie nicht richtig aufgenommen Doch hab ich eigentlich Dauert ja immer bis der was aufgenommen hat Ja, ein bisschen besteuert Boah Die Fische greifen grad das Schwein an Jaja Die Schweine sind eigentlich ganz gut für uns Der Schweine ist gestorben Nein Nicht unsere Schweinearmee Wir sind eine Krötenarmee Deswegen Mein Fleisch Sag mir auf, komm Sag mir doch auch, hab ich gesagt Geht doch Will aber nicht Ganz einfach Hat er gemacht Ähh Food, Food, Food Oh, ich Brauch Wir brauchen Kohle Boah, hör Wie hast du das, wenn er damit einmal zurückspringt? Was der Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen zwölfmal Holzkohle Und was brauchen wir noch? Okay, die Sticks hab ich Und den Stein mach ich gleich So, erstmal kurz kochen Weil dann baue ich nämlich vier Ja, erstmal zwei Kochtöpfe, ne? Oder gleich vier Erstmal zwei Oder wenn du genug hast, machst du auch gleich vier Ja, dann brauchen wir 24 Kohle Okay Ja, bauen wir mal fucking halt, ne? Na ja, dann fackeln wir gleich was ab Na ja, dann fackeln wir gleich was ab Na eben noch paar Märchen ansammeln Weil das brauchen wir Ohne geht nicht Okay Okay Was schenke bringen Relativ was Ja Ja Habe ich aber eben schon Okay, weil ich das unbedingt brauchte Ist egal Ich gucke Ich gucke Wer wird schon wieder entspannen gehört Zack Ein Canicle Haben wir irgendwo noch eins eingetockt? Nein Schade Schade Dachte Die Oder hast Was? Hier sind drei Bienennesten Oder hast du schon die, äh, Kaninchen grad ausgeräumt? Ich hatte, ja Okay, ja, dann Weil ich nur noch eins hatte Ja, wie gesagt, ich brauch da unbedingt was zu essen Ja, macht ja nichts Äh Habs ja gleich dahin gesagt Ich brauch irgendwas zum anzünden Haha Okay Ich hab keine, ich hab nix zum anzünden hier Recht Ich hoffe das reicht Geht's da einmal Ähm Schauf ich, schauf ich, schauf ich, schauf wieder Zack Du weißt, es wird dunkel, ne? Mhm Ich kann doch Fackeln machen Blaue Pilze hab ich gefunden jetzt Weiß nicht mal was die gebracht haben Ah, ich vergesse Keine Ahnung Oh, ich muss, ja, Essen muss ich definitiv sammeln Wie ich grad schon gesagt hatte Da der Tag Also die Nacht nicht so lange ist Dann nicht hier einfach weiter rum Nitor, Vox Ich sollte mal mit mir schnell ne Fackel bauen Oh, Cut is down Oh, ich muss hin Ich muss hier hin, ey Ja, ich weiß, dass es dunkel ist Ey, ich muss grad das ganze Zeug hier verbrennen Okay Damit ich die Nacht überlebe Ja, muss ich auch grad machen Eins Zwei Drei Ich brauch vier Bretter Okay Okay Äh Ich mach mal die Alles werde Licht So Oh 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 Vielleicht kaputt ist Vielleicht kaputt ist Ja Ja, dann kommen wir nicht mit aus Ich kann aber grad noch welche sammeln Na, ich sammle auch schon unterwegs welche Äh, wie viel Holzkohle hast du? Sechs Stück Sechs sind nur Mehr hab ich grad nicht abgefackelt Okay Okay, dann halt ich mal eben noch hier ne Fackel dran Und da Auch, dass er nicht allzu viel wegbrennt Und ein paar Pilze mit vor allem Dreimal Holzkohle Okay Ähm Und dann war ich nämlich so nen zweiten Drain Für das Kochfleisch kann ich den schon bauen? Jawohl, den kann ich schon bauen Fackel, 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 fackel Also zwölf brauchen wir Mal so ein bisschen rumzünden hier Ja, wenn du zwölf hast, ist das okay Ah, hab keine Feier mehr, keine Fackel mehr Ich glaub da ist grad ein Hase mit abgefackelt Ich glaub da ist grad ein Hase mit abgefackelt Ah, 16 Holz, okay Ah, 16 Holz, okay Ah, ich hol mal ein bisschen Holz noch an Ich hol mal ein bisschen Holz noch an